Schöner Pass auf Lujovi, hat die Monegasische Abwehr nicht ganz aufgepasst, aber es gibt Foul gegen den GAK, mir unverständlich, dem Lujovi auch, schön gemacht von Dmitrovic, Tschech, Ramos, Akko Ekpo, Akko Ekpo, Tor, Bravo Akko Ekpo, sein zweites Tor in diesem Spiel. 57. Minute und es steht 2 zu 1 für den GAK nach einem Superkonter, ein Superkonter der Grazer. Über Dmitrovic, Tschech, Ramos, hier sehen wir es noch einmal, Ramos in die Mitte, Akko Ekpo, im Fallen, ein Gurkerl durch die Beine von Partez und es steht 2 zu 1. Ich habe es zur Pause gesagt, wir dürfen nach der Leistung der ersten Hälfte hoffen, dass den Grazern das 2 zu 1 gelingt und es ist gelungen, Bravo! Es macht Freude! Müssen die Franzosen was tun? Vielleicht gelingt dem GAK sogar noch ein Tor, jetzt wäre ich unbescheiden, vielleicht sieht der Heimer auch, aber...